Kapitalanlageimmobilien werden häufig als Zinshäuser bezeichnet. Dementsprechend konnten sie sehr gut vor dem sehr niedrigen Zinsniveau profitieren. Nun sind die Renditen für langlaufende Staatsanleihen bereits deutlich gestiegen. Hypothekenfinanzierungen im zehnjährigen Bereich haben sich von rund 1 auf 2% verteuert. Und die Frage ist nun, wann werden steigende Zinsen ein betriebswirtschaftliches Problem für Kapitalanlageimmobilien? Wir betrachten dies anhand eines vereinfachten Beispieles. Wir sehen einen Immobilienverkehrswert von einer Million Euro. Die nachhaltige Miete wird mit 30.000 Euro angegeben. Also ungefähr das 33-fache der Jahresmiete, der sogenannte Multiplikator. Die AFA, also die Abschreibung 2% auf eine Bemessungsgrundlage von 800.000 Euro. Wenn wir uns das Ganze dann nun im Detail betrachten und uns hier letztendlich anschauen, welche Berechnungen wir anstellen können, dann sehen wir hier die angesprochene Miete. 30.000 Euro. Wir bringen entsprechend die Abschreibung 2% auf 800.000 Euro in Abzug, 16.000 Euro. Also bleiben hier 14.000 Euro zu versteuerndes Ergebnis übrig. Das ist letztendlich die Berechnung bei der Objektrendite immer ohne Finanzierung. Dementsprechend das steuerliche Ergebnis, 14.000 Euro, ist die sogenannte Bemessungsgrundlage. Bei einem Steuersatz von 45% haben wir 6.300 Euro Steuer. Und wenn wir dann eben die Steuer von der Miete subtrahieren, dann sehen wir 23.700 Euro als Jahresertrag nach Steuern. Bezogen auf das gebundene Kapital, unser Verkehrswert von einer Million Euro, sind das 2,37%. Das also die reine Objektrendite dieser Immobilie. Und im nächsten Schritt stellt sich natürlich die Frage, wie hoch kann das Fremdkapital, der Fremdkapitalzins, um konkret zu sein, steigen, ohne dass der Hebeleffekt aus einer Fremdfinanzierung betriebswirtschaftlich negativ wirkt. Und auch das haben wir an dieser Stelle entsprechend für Sie dargestellt. Wir sehen hier die 2,37%. Da wir einen Steuersatz von 45% unterstellen, teilen wir das Ganze durch 55, multiplizieren es mit 100 und es kommt ein Ergebnis von 4,31%. Das heißt, bei einem Vorsteuerzins für die Fremdfinanzierung von 4,31%, der sich bei einem Steuersatz von 45% eben genau reduziert, auf unser gezeigten 2,37%, würde der Fremdkapitalhebel negativ wirken. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise unterstellen würden, der Anleger hat vielleicht noch drei Jahre bis zum Ende der Zinsbindung, wir sehen nun das Thema steigende Zinsen, dann sehen wir hier sehr deutlich die Zinssensitivität. Und je größer oder geringer die Differenz ist, respektive welche Stellhebel auch an anderer Stelle noch da sind, kann unser Anleger nun sehr genau abschätzen, inwieweit die Objektrendite, der Fremdkapitalzins und viele weitere Erwägungen hier nun zu betrachten sind. Selbstverständlich gilt es, das Ganze nicht nur isoliert und statisch zu betrachten, sondern dynamisch, nicht nur auf eine Immobilie, sondern im Kontext des Immobilienportfolios. Das Immobilienportfolio im Zusammenhang wieder der Gesamtvermögensplanung. Und dann sieht man auch sehr gut, welche Vorteile eine zusammengefasste Betrachtung von steuerlichen und wirtschaftlichen Erwägungen im Rahmen der Finanzplanung bringen. Zu diesen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Und am morgigen Donnerstag werden wir auch ein kurzes Webinar haben, in dem wir das gezeigt anhand professioneller Berechnungstools noch detailliert vorstellen. Und ich würde mich freuen, Sie auch als Teilnehmer begrüßen zu dürfen.